Das Ende des Bärenmarktes ist definitiv nah, das liegt ganz klar auf der Hand, wenn wir natürlich unseren Chart ansehen und ein bisschen Interpretationsspielraum mit einbauen. Denn tatsächlich habe ich so viele Indikatoren heute für euch rausgesucht, dass man gar nicht abstreiten kann, dass der Boden bald drinnen sein muss. Das Ganze hat jetzt nichts mit diesen letzten Pumps zu tun, sondern einfach Chartanalyse und natürlich die eigene Einstellung, wann denn jetzt ein Trend beendet ist. Denn in den letzten Wochen und Monaten war es nicht zu schwer, einfach Shorts zu eröffnen und jeder Short aus jedem großen Chartpattern hat richtig viele Profite gebracht. Und man sagt nicht umsonst, der Trend is your friend until it ends. Und ich denke ein Ende ist sehr sehr nahe, weil wir ja offensichtlich den Abwärtstrend seit dem Alltime High durchbrochen haben. Am Daily Time Frame, am Weekly Time Frame und das ist schon mal ein Grund hinzusehen und aufmerksam zu werden. Denn auch auf diesem lokalen vermeintlichen Boden ist der Abwärtstrend gebrochen. Das ist genau was wir bisher erwartet hatten oder bisher erhofft hatten. Ein bisschen auf dem Alltime High 2.17 herum dümpeln und dann die Resistance nach oben langsam und Schritt für Schritt zu durchbrechen. Ob wir es jetzt mit Retest haben oder mit einem schnellen Volumen starken Pump ist natürlich dann Auslegungssache oder das kannst du nicht genau vorhersehen. Allerdings ist genau das jetzt eingetroffen aus meinem Video von vor drei Wochen. Wir haben diesen Support gehalten und es ist jetzt eine Sache möglich. Und zwar wenn wir uns 2017, 18, 19 ansehen, ist die Frage, wo hat denn jetzt der Bärenmarkt geändert und der Bullrun gestartet? Man kann natürlich ganz klar sagen, okay vielleicht hat hier der Bärenmarkt geändert, weil wir hier das Loweste Low gesehen haben. Oder hat hier geändert, weil dann der Bullrun gestartet ist. Ich persönlich sage eins, wir haben technisch gesehen den Abwärtstrend durchbrochen und der Bärenmarkt ist technisch gesehen vorbei. Wir sind aus diesem Abwärtstrend raus. Dass das Ganze jetzt nicht direkt in einem explosiven Bullrun starten muss oder quasi übergehen muss, liegt auf der Hand. Wir sehen, langsame, konsolidierende Seitwärtsbewegungen sind im Bärenmarkt einfach mal monatelang möglich, bevor es hoch geht. Und einen Indikator, den ich glaube ich seit 2017 immer gerne nehme, sind die Moonboy-Videos. Und wirklich Karl von der Moon. Ich habe bei diesen ganzen YouTubern, die Leverage Trading und Co. anbieten, ich glaube jedes Konto eins nach dem anderen aufs Minus Null geplättet. Also ich habe wirklich Totalverluste nach der Reihe hingelegt. Wobei eine Sache haben sie richtig krass gemacht und zwar die Long-Term-Visions. Bei diesem Pump 2019 war ganz offensichtlich der Markt geht rauf und die Google Suchanfragen für Bitcoin gingen runter und waren immer noch am Boden. Und da konnte man einfach interpretieren, okay der Markt der drinnen ist oder die Leute die Long-Term sind, kaufen jetzt den Dip auf und es ist noch kein neues Geld mit drin. Das neue Geld hat man dann gesehen, wo die Kurse hingegangen sind. Und jetzt wo der Abwärtstrend unleugbar geendet ist, kann man einfach sagen, okay passt, Seitwärtsbewegung, lasst es ein paar Monate dauern. Aber könnte jetzt absolut sein, dass der Bullrun gestartet hat oder halt diese langweilige Konsolidierungsphase vor dem Bullrun gestartet hat. Ich sage nicht, dass sowas wie ein Corona-Dump unausgeschlossen wäre, aber sowas wird dann eh schnell gekauft. Und die Auswirkungen eines Corona-Dumps sind dann nach wenigen Monaten wieder aufgehoben, hoffentlich, muss man dazu sagen. Denn eine Sache ist natürlich nach diesem Traum-Szenario bzw. unserer Interpretation von dieser Downtrend-Linie noch möglich. Und es ist so ein Thema, wo man sich beim Chart-Technischen nie wirklich so viel Gedanken gemacht hat. Und zwar ist es jetzt diese gesamte katastrophale wirtschaftliche und globale Lage. Denn wir sind ja zwischen riesengroßer Inflation und riesengroßen Verzinsungen und diese ganze Spirale zwischen, okay wir haben hohe Inflation und die Fed erhöht die Zinsen. Der Dollar steigt, der Bitcoin sinkt, alle Anlagenklassen verlieren gegen den Dollar eine Kaufkraft. Kann man jetzt eines sagen und zwar die Experten und Co. die meinen natürlich, okay die Fed muss diese Zinsen erhöhen. Das ist das Geld, das du dir ausleihst bzw. Banken, Firmen sich ausleihen bei der Bank, um sich dann ihre Unternehmen, um sich ihre Eigenheime und was auch immer zu finanzieren und noch nicht zurückgezahlt haben. Da wird jetzt stark verzinst und das Geld wird teurer auszuleihen. Wer natürlich irgendwo im Minus seine Bitcoins hält, die mit Kredit auf Pump gekauft hat, der wird langsam zum Schwitzen anfangen und muss irgendwie Geld aufstellen. Und weil das Ganze jetzt sehr, sehr, sehr auf die Taschen eines jeden kleinen Endkonsumenten geht und ihr merkt ja diese Teuerungen, gibt es diese Inflationszahlen, die gehen runter, zumindest für den Dollar, weil die Dollarwährung ja steigt. Allerdings haben wir zum Beispiel in Deutschland jetzt 11% Inflation, Österreich ist auch richtig schlechterweise, es tut richtig weh sowas anzusehen. Und es werden nach und nach diese Stimulus Checks ausgeteilt, ob in Asien, ob in Österreich, im Klimabonus und was auch immer. Es wird wieder angefangen Geld zu drucken und die Gelddruckzeit beim Bitcoin wegen Corona hat uns so viel Upside gegeben. Das hat so viel Wind und frisches Kapital reingebracht, das war wirklich unglaublich. Viele von euch haben es miterlebt und wenn du es noch nicht miterlebt hast, irgendwann kommt diese Zeit wieder. Die Inflation und die Unsicherheit im Währungssystem ist jetzt die Chance für Bitcoin, dass er zeigt, dass er deflationär und als Wertspeicher richtig gut funktionieren kann und eine bessere Wertspeichermöglichkeit ist als Fiat Geld. Auf das muss man beim Bitcoin ja spekulieren. Auf das wird beim Bitcoin White Paper schon, wenn man es so interpretiert, abgezielt und der Bitcoin muss sich beweisen. Wenn Bitcoin jetzt irgendwie so auf 1000 Dollar wieder runter geht, weil die Wirtschaft abkratzt, dann haben wir schon mal als Beweis, dass in dieser Krise Bitcoin noch nicht so gut funktioniert, wie er es sein sollte, laut der Idee von Satoshi Nakamoto, der ja Bitcoin ins Leben gerufen hat und die Blockchain gestartet hat. Wie aber schon gesagt, es war Bitcoin bisher immer egal in den letzten Jahren, der Markt, der grundsätzliche Aktienmarkt und Co. ist immer raufgegangen, es gab keine wirtschaftlichen Krisen und Bitcoin hat trotzdem Crashes von minus 70, 80, 90% hingelegt von seinen All-Time-Highs und diese Wirtschafts-Aufs oder nur Bergaufs waren Bitcoin egal. Wenn man mit viel Optimismus sagt, der Bitcoin wird es wieder egal sein, dann schauen wir uns den relativen Stärkeindex von Bitcoin Bullruns an, den letzten drei Stück zurückgehend auf 2012. Da konnte man nämlich ganz genau und unbestreitbar sehen, RSI ist im Boden, es ist das Ende des Bärenmarktes. RSI ist am Boden, das haben wir genau hier, es ist das Ende des Bärenmarktes. Der RSI ist wieder sehr, sehr stark überverkauft, das könnte das Ende des Bärenmarktes sein. Und dieser RSI ist wirklich seit diesem 1000 Dollar Pump und 130 Dollar Dump wirklich sehr gut einfach longterm zu sehen. Die großen Moonboys machen sich wieder auf den Weg, diese Longterm Charts zu sehen. Und da bin ich ein Fan davon, denn im Spot-Bereich habe ich mit Bitcoin immer das meiste rausgeholt, als irgendwelche High-Leverage-Trades nachzumachen, die einfach hirnverbrannt sind mit über 10x Hebel. Aber diese Content Creator, die natürlich jetzt Multi-Multi-Millionen Dollar auf der Seite haben, weil sie vor allem viel gehodelt haben, da macht es dann Sinn, die Longterm ein bisschen einfach zu beobachten und ein bisschen sich danach zu richten und nicht einfach Vollgas reinzutraden. Und jetzt können wir noch ein bisschen G-Honey's verlosen, denn wir haben ja insgesamt als Community beim Grizzly-Fi Gewinnspiel mitgemacht und wir haben gewonnen 100 Tokens a 47 Dollar, also fast 5000 Dollar, die wir jetzt 1 zu 1 verlosen können. Alles, was du eigentlich machen musst, ist Abonnent dieses Kanal sein, ein Abo bzw. auch ein Kommentar unter einem Video zu lassen. Das Kommentar screenshotest du mir dann und schickst es mir auf Instagram, auf mein Profil. Das ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann suche ich mir alle paar Tage wieder mal jemanden aus. Hier können wir 200 oder 120 Dollar aktuell verlosen. Ich mache das jetzt in 20er-Steps, dann können wir öfter was verlosen. Das gewinnen immer wieder Leute. Ich mache das alle paar Tage. Immer wenn sich hier was ansammelt, können wir cool Verlosungen machen. Und jetzt im 0,5 G-Honey-Intervall wird hier wirklich jeden zweiten Tag eine Verlosung stattfinden. Ich würde natürlich warten, bis wir ein 2x oder 10x auf diese Summen haben. Dann zahlt es sich natürlich auch aus, so einen Gewinn zu halten, zu staken, was auch immer damit zu machen und dann schön ein bisschen verkaufen. Dann hat man ein paar 100 Dollar, wenn man es in die Bullruns reinhodelt. Und genau wie ich hier jetzt gezeigt habe, ich suche einfach irgendwelche Leute aus. Schreibe mir einfach eine Nachricht, ob ich zurückschreibe oder nicht, ist da nicht tragisch. Es ist auf jeden Fall in meinem Postfach und zu einer willkürlichen Uhrzeit oder was auch immer, suche ich mir die Leute raus und schicke euch einfach das Ding. Wenn du zu den glücklichen Gewinnern gehörst, schreibe einfach kurz in meiner Telegram-Gruppe. Habt das Geld auch wirklich erhalten. Es stimmt auch, dass das Geld ausgeschickt wird. Und natürlich ist die Metamask-Wallet-Adresse für jeden ersichtlich. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr jede Transaktion mitsehen, dass das Geld 1 zu 1. wirklich an jedem da draußen geht. Spannend wird es, wenn natürlich jetzt in den Kommentaren einige Meinungen von euch zu diesem Thema dazu sind. Bist du schon länger in Bitcoin? Bist du seit kurzem in Bitcoin? Was denkst du über diese Long-Term-Charts? Oder bist du der Meinung, dass jetzt zu 100% die Wirtschaft entscheiden wird? Wird der Bitcoin sinken und mit den Aktien- und Anlageklassen nach unten gehen? Wird die Inflation oder auch das Money-Printing dazu führen, dass Bitcoin diese Chance nutzt und höher geht als Inflation-Hedge? Ich persönlich bin gespannt. Auf die Chart-Pattern, wo ich jetzt das meiste Augenmerk drauf lege, ist diese Konsolidierung über unseren Widerständen. Es ist natürlich möglich, dass wir nochmal einen Retest sehen auf das 19.600, 19.700 Dollar Level. Einfach um einen Retest von diesen super guten Supports zu haben, weil den brauchen wir unbedingt einen stabilen Retest. Und sollten wir den nicht haben, könnte es immer noch so aussehen, Ascending Triangle, irgendwie so in die Richtung, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen. Wäre ein bullisches Chart-Pattern. Wir können natürlich ebenfalls bei sowas warten, bis ein Ausbruch kommt. Bei einem Ausbruch nach unten verlange ich den Retest. Das sollte man hier spätestens halten. Und bei einem Ausbruch nach oben mit Retest könnte man schon mal über die 21.000 Dollar gehen und hoffentlich das Local High hier ausknocken und einem Preis von 22.800 Dollar übersteigen. Das wäre super gut. Unser Falling Broadening Wedge, was wir eingezeichnet hatten, ist schon nach oben hin ausgebrochen. Das Volumen, ja, kann man zählen, ist aber natürlich noch nicht so eindeutig wie hier ein Volumen Spike, der zu 100% sehr viel Kaufkraft hinterlegt bzw. beweist. Und dann schauen wir einfach Stück für Stück die Preislevel, welche Phasen wir haben. Wenn du natürlich für den Bitcoin, für den Bitcoin Bullrun, Bitcoin Analysen auf den Timeframes eine Stunde bis vier Stunden haben möchtest mit dem größeren Zeitvergleich, so wie heute, dann schreibe es mir natürlich unten in die Kommentare. Gib dem Video unbedingt ein Like und vergesse nicht bei den Gewinnspielen mitzumachen. Ich würde mich sehr, sehr freuen und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Wie immer wünsche ich Happy Games mit dem Bitcoin und mit kleinen Positionen. Wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.